Oh, hallo Eike. Hallo, Manuela. Wo war das dort? Soch gönne, hm? Ja, hab ich extra mal brucht. Oder bitte so fein weh da, als in der Zuhite erst durch dich. Denn ist köln Rhabarberschorle, dort erst durch dich. Oh, was ein gau'n Tuchte. Na denn? So neid. So neid. So, Manuela, dort hertog, wusste ich bei Vetter Hein Hansen. Ön Klugriss, ja, hier hiet temelig fohle eine feine Maut und rissen Lundheim. Und der hier bekam isen ein Leid, wat fraut. Das ist ein echten Friesen-Bangei, Eisenböcker-Friesen, wenn du das hier hast. Ich bin ein Vortopter. Ach, du warst ein Vortopter? Ja, ich bin ein Vortopter. Kamst gut her und Klugriss? Nein, nein, nein. Wo warst du dann hier? Nein, nein, nein. Karin. Karin ist hier her, kam hier. Ist noch Karin Obfraat? Nein. Ja, ihr hättet leert. Ihr kon Obfraat schnappt. Ach so, aber Eif und Hürs. Aber Eif und Hürs. Und Hürs ist der Uchtisch. Na ja, und wartehst du in der, kamst du in der Lundwirtschaft noch? Nein. Oder so meine Schäpe und so was auch nicht. Ja, wir haben uns beide neben der Landwirtschaft. Bei den neben, die man da hat ja eine Ehre mal auf, wo du kriegst. Die hat ein Discher-Wachs, die dann vorstellt. Was auch selbstständig, von St. Dantje, die die da unten. Ja. Und dann schauen wir schon auf, wo du kriegst. Und da war die Ehre mal auf, wo du kriegst. Ach so. So, so kommen wir hier zu B, und hätten auch jetzt wieder mal, da haben wir auch Menschen nicht hier zuordnen. Mhm. Und dann fängst du da, oder da die Versorgungsrente. Ja, genau. So, und wenn wir wieder selbstständig bleiben, dann haben wir dann ganze Rente aufgehoben. Ja. Wisst du? Ach so. Und dann würde ich immer hin, weil die dann was vertient ist. Dann würde die Versorgungsrente tragen. Ja. Dann, ob wir nur Ehre haben oder Einer, das ist dann ja gut, oder? Das ist dann, das ist eine schöne Regelung. Ja, das stimmt. Jetzt bleiben sie Ehre mal aufgehoben. Und dann arbeitet die vor dem Seel, und dann tiert haben wir auch. Ja. Und dann hätte das halt, wie es war. Dann, wir hängen den bei der Laun, vier Hektar oder vier Hektar, und dann hängt die Kehlheit, Schwinn, Scheib, ein Geflügel. Die Laun der von meinen Mammen und Dattie. Die was alle Gehl. Mhm. Aber das ist einfach ein Hundertweg. Ja. Wir haben keinen Autos, wir haben viele Fühle. Und wir kommen auch neregends an, vor dem. Tauch, Tung und Eier ist ein Naib. Einer ist ein Sportfest, einer ist ein Morgen. Hahaha. Das war das hier. Ja, 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 das stimmt. Und da, von Hevig, dass ich meditierte so leicht, mit 5. Ach so, ja. Mit Scheiben, schweilen. Ich habe ja immer Tiere. Ich habe die Eiermärkte. Also, ich kann auch lernen, was ich kriege, die mehr an die Arbeit vor der Arbeit. Mit meinem Heiden, die Ehrenpflege, die Haufen Kürt. Aber es sind zehn Oma, die Eiermärkte. Und dann habe ich immer gemerkt, die mehr an die Eiermärkte, wenn ich von der Arbeit komme. Ja. Was hast du dann gehört, endlich? Tauchemann. Ach so. Sieben von der Eier, wenn ich Tauchemann bin. Und dann, wie hast du bei den Feuerwehr, Hevedan, wie heißt das, Berufsfeuerwehr? Ja, ja, ja. Ja, das ist ein Feuerwehr, wo ich hier bin. Ach so. Anläggt bei der Flotsäge. Aber es ist ein Feuerwehr. Ja. Das war so ein Feuerwehr. Ja. Also, das ist das Feuerwehr. Weil ich gern Lohenhammer-Führwehr warst. Ja. Und dann heißt es, das sind beide Pluspunkte, wenn der eine Frau da ist. Der beim Lake, bei der Standortverwaltung. Ja. Und dann warst du gern eine Feuerwehr. Ja. Ja. Dann schul ich auch ein Jahrst. Bei dem Wohnen, dass wir anfangen. Und es ist ein Stauner und eine Bewerbung. Ich bin bereit, alle Arbeiten anzunehmen. Es ist zeitig der Augehle für ein Depot. Der bei dem Waffen und meinen Sohn und so. Ja. Ja. Und dann höre ich die Discher ab. Und dann haben sie Spasszeugen, dass ich bei der Hohenwerker warst. Und dann komme ich an der Discherreihe der Anzulein. Und dann, weil ich immer noch zu Feuerwehr war. Und nach ihnen trug, haben wir den Lok. Und die ging an weg. Oder die, 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 was die, was die, was die vorstehen. Die schulte in den Zug. Und dann, was die in den Städten fliegt. Und da schul ich dann hier bleiben. Ja, da wusste ich auch gut. Und dann, habe ich dir Lok geholfen, dass die ein Augehle und eine Personalaat kommen. Und dann muss ich bei der Feuerwehr. Das war ja gut. Ja, wusste ich. Und dann die 400 Stunden schicken. Aber dann hieß sie hier einen Lohn haben an der Führwehr. Wie hast du noch? Auf die Vormund? Ja, da wusste ich, wer Führer war. Ja. Wund ich hier noch. Wund ich hier? Ja. Ja. Wie ist die Ollenwälder wählt? Ja. Cool. Wie ist die Ollenwälder wählt? Ja. Wie ist die Ollenwälder? Ja. Ja. Was Manfred, erst als August Gemeindewehrführer, August Kasselsen. Dann Manfred und dann ich. Und dann ist Dirk Bregling von Rissen. Ach so. Wurde immer Tusch, da. Ja. Ja, ich bin. Ich habe drei Perioden, mal. Wir führer hier. Osten hier. Und dann wird noch etwas verlängert, wenn die Gemeindewehrführer bitten, dass dann gewohlt sie ihnen was. Und dann bin ich noch drei oder drei Jahre langer Gemeindewehrführer, wenn ihnen so nicht hier. Oh, das ist ja. Das ist ja lang. Ja. Du siehst du dann ja auch sehen, wenn du so eine Führungsposten hast. Dann sieht du ja auch sehen, dass die Hunde äter die Kampen. Ja. Also und dann haben wir dann so beide Entfädelsen. Da werden dann ein Nachtfolger haben. Ja. Ja. Und dann haben wir so einen Gewehr auf Indunstandes. Und dann haben wir so etwas verlängert. Ja. 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 Das ist doch geil. Und wenn wir so ein Problem haben, lässt sie irgendwann mal nachwuchs. Nein. Ja. Ja. Und wenn wir so einen Lohn haben, sind wir durch die Baergebiete, sind wir ein bisschen zu machen und auch die Wehre, die dann wachsen. Ach so. Stimmt. Ja. 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 Stimmt. Ja. 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 Ich habe hier die Nähe gestalten. Ich habe hier die Nähe gestalten. Das ist die nächste Nähe. Ich habe hier die Nähe gestalten. Ich habe hier eine Gruppe. Ja, ich dachte, da kam die Jugendfeuerwehr. Ja, die Jugendfeuerwehr. Ja, die Jugendfeuerwehr. Ach, die haben wir hier. Nein, nein. Das waren wir. Ach so. Dann sind wir da auch da. Ja, auch da. Ja, auch da. Dann haben wir die Bargetheber. Ich habe hier die Flosse. Ja. Ich habe hier in sechs Monaten. Oder acht Monaten. Ich bin auch mein Jugendfeuerwehr anfangt damals. Sommer und Söntich. Eine Feuerwehr. Alles junge Menschen hier. Von hier. Ach so. Alles der Silvia. Nicolson, Gerhard, Dresen. Ja. Thomas. Jugendfeuerwehr. Paul. All die andere Banditen, die hier sind. Ja. Das haben wir angefangen hier bei August. Das ist aber eine ganz schön lange Ausbildung, oder? Ja. Da wurde immer Ehre. Also ich. Das dreie. Das machen wir hier. Von oben. Von Launen. Der Kreis. Ich. Mir meine. Das machen wir die Freiwilligkeit kaputt. Ja. Das ist nicht wirklich gelogen. Also ich finde, wenn umso. Wenn das. Wenn das. Wenn das. Wenn das junge Menschen sich genau erkundigen. Wie lange das tut. Das kam das nicht. Nein. Bei 100 Stunden. Das machen wir hier auch. Ja. 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 Und das sage ich hier. Das ist so. Wenn du. Ich bin hier oben im Kreis. Daher zu oben. Und das sage ich so. Das die viele Menschen von hier. Auch ich da. Niedersachsen kommen. In die eine viele. Dann können die alles waffen. So die Ausbildung ist ja so grott, dass es allerdings auch ein grott Steg hat. Wir wurden genauso ausbildet hier von Torb als der eigene Steg. Und das ist doch Blödsinn. Ja, das stimmt. Wenn ich hier noch eine gute Wehrführung habe, oder auch eine gute Gruppe, hier kommt ein junger Mensch. Dann soll er die Grundbegriff verlieren natürlich. Oder die Harten, oder die Huppe, oder alles. Aber als Feuerwehr hier in Torb, das lernt er auch an dich. Und auch bei den Hübeln. Ja. So, und dann kommt er auch Feuerwehr. Das ist ein langes Jahr. Und wenn er noch ein eurer Torb anschaut, dann ist das alles alles aus. Die Feuerwehrbegriffen, der Blödsinn. Ja. Aber das ganze Ampfeil lässt er auch aus. Und das lernt er von seinen Kollegen. Ja. Rock, zock! Wenn die das macht. Ich bin ja auch ein Jahrzehörner. Und ich kann immer entdecken. Wenn die das kommt, dann läuft die den beiden mal. Der Jahrzehör. Ja. So steht auch das Wehrführung bei der A-Pause. Das ist auch ganz herzige Führermannschner. Da steht auch bei der B-B-Nahme. Und das ist auch bei der Leidenschaftshilfe. Ja. Das steht der Vase, wenn du ein Wehrführer bist. Wir kosten die Harnischacke. Ja. Ja, ja. Und beide Menschen kennen das hier das Tor. Das ist auch so. Ja, ja. Das ist auch so. Ja, ja. Ja, ja. Das ist auch so. Ja, ja. Das war doch so. Da kam der selige Stoff. Der kommt dann hier vom Böhm. Ja, ja. Das sind auch nicht doof der Menschen. Nee. Da haben wir auch alles, kann ich nicht sehen. Und dann wird das so abdrehen. Oh. Und dann muss die Menschen mit sehen. Der Junge. Der Junge, ja. Der haben da nicht Lust. Na ja, und die Frau, als du auch irgendwann noch hier bist. Also, wenn du Taunfundi warst dann hier für Licht. Aber wenn du alt Haubjahrene hießt, oder so. Das hat sich auch anders. Man hat das Verständnis zur Führer, zur Allgemeinheit. Ihnen, was für die Allgemeinheit dumm war, der Mensch wurde meiner. Da war nichts mehr sonst. Das war doch nichts, was folgt davor. Und ihr? Ich weiß doch, als wir eine Führer kommen, August und Timmy waren die dominanten Wehrführer. Als wir eine Führer kommen, so hittet sich das andere, eine Mündheit. Dann sehe ich, wir sind dort und dort, wer kann helfen. Extra Dienste besuchen. Kommt sofort zu Fängers. Als ich Wehrführer war, dann wandelte sich das an. Dann schall ich Frauen, ein Anfänger. 14 Tage vor dem schall ich Frauen. Wenn man 14 Tage wird Dienst sein, dann kommst du morgen daheim bei der Hölle Frau. Dann kommt die Hände. Dann kommt die Hände. Dann kommt die Hände. Dann kommt die Fängers. Das wusste ich ganz genau. Wenn ihr als Virtuös kommt, wenn ich die Führer, dann sehe ich, ich schallt denen, die die Führer. Dann wird das erledigt. Ja, das ist das, was ich an. Das ist ganz schlimm, was sich an. Dann kommt die Hände. Dann kommt die Hände. Dann kommt die Hände. Dann kommt die Hände. Und die Dienst, die Interessante machen, schallt am liebsten ein Lohn, die ein, was nahes hebe. Das hat mir eine ganze Böe. Dann kommt die Hände. Da wird's immer sagt, wie das sie Psalter Was frisches haben wir, was ein Ei hier haben, dann kam es auch weiter. Das ist ein Ei. Das ist ein Ei. Das ist ein Ei. Die Schüttel sind beide Einfühlungsvermählen geschüttelt. Na ja, ich habe einen großen Vorteil. Ich war schon bei der Bundeswehr und da wirst du ja auch geschult. Das ist verrückt. Die haben wir ja auch mit der Führer in der Masse zu tun. Die Kürchen haben eine ganze Masse Mann. Ja, ja. Da wirst du ja ganz was Neues. Da sind wir beide wiederhassen. Früher war die Führer. Ja, stimmt. Die Kürchen immer mehr bringen, da wirst du ja auch ein Vorteil. Ja, das lieb ich ja. Dass da dann was lehrthebe, was der Autor auch noch rehrthebe. Ja, und zu der Führer hebe, wir kommen alle der Dienstbeteiligungen. Oder nicht in manchen Senden. Aber als Pflichtfeuerwehren. Ach du Scheiße. Schrecklich, gell? Was du ganz schlimm hast, sehe ich immer hier. Dass du immer die Corona oder das Eidrube kam und musst. Ja. Ja. Wenn du, dass die Tau hier hebe es nicht ins Maut hat. Von 20 bis 21 bis 21. Dann muss es doch ein. Das sind ja aus 21 bis 21 und im März wie anfangen. Ja. Das sind Leute, ja. 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 Ja, genau. Ja. 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 Von der Freiwilligkeit. Von der Freiwilligkeit. Ja. Ja. Von der Freiwilligkeit. Ja. 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 Ja, ja, und das ist jetzt etwas Böeber hier. Ja. Ja. Ja, das habe ich Fantastico. Ja. 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 Die andere, das ist ja das ist ja NEUS am Anfang. Ja. Ja, ja. Und der wusste auch einen Schlamm, dass da manche eigentlich in Torettins sind. Ja, das ist eine Katastrophe. Das ist echt eine Katastrophe. Und dann, was du dir heute nehmst. Ja, das ist auch so tief. Ich sehe dich immer vor der, was vorne stand. Ja. Da haben sich eine Übung geübt, da. Ja. Und dann? Da hast du doch die Mohnen-Seite. Und da kamen wir vorhin. Weil das da so ein Scheiß. Ja. Das ist alles ein Trub, was du dir durchdruft hast. Ja, das stimmt. Und wenn du dort die Kamekönner kam und fiel im 20, dann kann man das noch so ein Leid amt. Dann ist das der Grund. Aber wenn der nachherlöft bricht, dann passt das alles ein, was du dir durchdruft. Und dann würde ich auch sagen, du scheiß, wie du gehst, die Kamekönner. Ja. Das ist Mist. Aber das kostet eine andere, die Rasseinsel. Das ist hier immer durch. Also du hast die ganze Masse. Und dann ist das so. Das ist hier so. Hier. Dann habe ich auch alles was ich vorhin. Und auch eine ganze Masse. Und der Frühstück. Ja. Das ist hier auch so. Wenn es die Reingang. Dann schaue ich mich in die Hand und kieke. Dann wimmelt das alles. Dann kam es alles. Dann kam es alles. So helft. Das war nicht nur helft. Ja. Bloss das dir Deis. Das dir die Übung. All sowas. Aber wenn es die Rehung kommt, dann ist es immer so wenig Lunger. Ich bin immer immer so 45, 48, aktiv. Und ich komme immer so gut durch. Und dann kann ich bald sagen, dass ich in der Sommerpause vielleicht diesen Leidmann-Wenen war. Aber normal so gut durch. Aber wenn es die Rehung kommt, dann sind sie fertig. Und wenn es die Rehung kommt, dann sind sie fertig. Hast du das so? Hinten Sie gesagt, all wird da dann auch allher und so? Dann hast du auch ein Problem? Ja, hier sind die Masse Hohenberger. Ja, stimmt. Der Kehrerweil wird weg. Aber die Dauer, wir haben alle nicht die Möglichkeit, dass sie nicht machen sind. Dann ist es immer 20, wenn es ein Brunnen ist. Wenn es ein Unfall ist, da haben wir auch nicht geschehen in London. Wenn es ein Unfall ist, wenn es ein 15-Bass ist, oder? Tien lang, da ist es ein Unfall. Ja, die Rehung dann bloß an Beine kiegt. Ja, und dann gab es noch eine Zeitung. Ja. Was wünscht man alle Fügel machen? Die sind alle im Bunker. Aber die können die, wo alle Höhne, die bräuchten sie bloß in ihren Gruppen. Bei seinen Einsatz, wenn sie mit den Scheher. Ja. Da haben wir uns bei den Scheher oder bei den Spreißern, die ihnen leider eine Höhne, die Autoposte auch, die Autoposte auch, die Autoposte auch nicht in ihr kann. Ja. Ja. Und auch, wo er er versucht? Ja, das war es für heute. Ja, das war es für heute. 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 Und immer. Da war es für heute, wenn es ein bisschen zu machen. Es ist dann schon immer vorbereitet. Es ist ja, es ist schon alles klar. Ja, stimmt. Ja, es kommt ja heute wieder. Ja. Ja, das war es für heute. Ja. Und du hieß doch auch hier, Heinze hat eine Kutschekearde. Ja. Oder eine? Ja. Kusskearde habe ich ja. Ja, Kuss. Genau, stimmt. Ich meine, so frasche. Frasche. Ja, frasche in Witten Landauer. So ein Potsch. Ja. Eben, Klappe, Kölzen, Druckklappe. Ja, stimmt. Aber dann machst du auch Lunge einmal, oder? Ich sehe es hier. Ja. 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 Dann brampst du auch ein Pingefil oder ein Fjörfilm, die Feuerze conserv garden, kleine Trainingsgutche. Neid immer mehr auf. Das Turm, das Blas und Geberts. Wir können nichts machen, so lange das Tranz die Route dorthe. Wir gehen morgen mit dem Auto das auf mit. Ich er dorthin kommt. Und dann muss was alles gehört. Dann können wir hier abklasten und alles fangen. Und die zweite läuft dann auch mal? Ja, die wird ja anste warten. Ja. Seine Klappe oben erwärmt es jetzt. Das war interessant, wenn man die Kooskernen hat. Man hat die Einsparungen gehabt. Das war ja auch immer weg, wenn man die Lüshäuser hat. Ja. Hengstertun. Bescherpotzen. Kortsrinmauel. Abitrela. Fjörmön. Dann hängst du dann auch transportiert. Hängst du dann so einen Hänger? Willen Ollesmann namen kuchen oder Tauautos? Tauautos. Träler. Du hängst den Hänger auch. Dann hängst du Tau-Mun-Märme. Wenn ich 10 Kilometer war. Wenn wir Einsparungen haben, dann haben wir die B-karte. Dann haben wir die Autos mit dem Träckerbrösen. Oder die Hängersbrösen. Dann haben wir das. Dann haben wir die Eiler-Negg-Marsens-karte. Dann haben wir die A-Lane. Wenn wir ganz ehrlich waren, wenn wir die Lüshäuser haben, dann haben wir die Autohäne-karte. To die Endpunkte. Die Eiler-Vormatis. Dann haben wir den kurzen Kram-de-Hane. Dann haben wir derart-Männchen. Wir haben die Hängersbröse, die Kohl-Sport. Dann haben wir den kurzen Kram-de-Hane-Stag. Dann haben wir den kurzen Kram-de-Hane mit seinen Teilen. War ein Zeig. Echt, ey? Was ein Abwund. Ich konnte nicht mehr begreifen, wenn man den bei der Gildhäuser weiß. Man hat mit der Hummel, der Slinge hätte auch abhören. Wisst ihr? Den schäuern wir rechtfertigen hier. Wisst ihr? Bedeut, dass der Gildkost ist. Ich schulder käre. Ich heiter das Kram, dass schulder eine Gung. Niemand sagt, das ist das Beste für Kier. Ich sage, wenn die Bandeblatt, die geräust, kostet nichts. Den betalte einfach. Ich brüchte das eigene Betal. Wenn die Minden nicht schau, die verdient immer. Ja. Dann wünscht man doch Krähe. Ja, das ist auch blöd, ey. Ich sehe, wenn das ein Aar hieß vor der Kost, dann schaut man blöde. Ich sehe, wenn man das Fertzlübe oder ein Viehter oder irgendwas. Ich sehe, dass dann ein Maul. Ich weiß, wie ich zuerst habe. Hier am Torb habe ich ein Dör. Wenn ich das konnte, habe ich dann beide betroffen. Da habe ich mir Lust vor. Aber wenn das wieder wegkommt, dann werden die Minden immer dritter sein. Frecher. Ja. Weißt du. Und dann, was ich manchmal so vorstelle, ob die Tour, ähnlich als die Coast Tourer, die stunden bei den Schirken, da kamen die Schirken, die stunden bei den Kutsch, die steigen in, da wird alles geknipst. Und dann kommt das Brumse auf, auf die Kraut. Ja. Und die Tour der Haare, die stunden an, manche bei den Ströten, du gehst bloß. So. Und da gibt es auch Paare, die haben gar nichts Verständnis vor der Hängstel. Das kriegst du sie zu sehen. Und morgen. Die Zeiten der, die gehst du manchmal. Dann wirst du, dann machen das genug. Aber, weißt du, so ein Gefordern müssen machen. Ja. Das ist schuldig, aber dann ist schuldig. Aber, weißt du, Und das Örtsteigen, bei den Kraut sind immer vorbei. Und dann, das sind schön Örtsteigen können. Und das war für mich immer das Highlight. Das Örtsteigen, das Örtsteigen. Ja, wenn da manche kicken, ja. Ja. Bei den Kraut, und dann, ja, wie immer vorbei. Und dann, ankehrt, und dann kommt der Rud. Ja. Das war immer schön. Aber, die Tour der Haare, und dann, wie so, dann spekuliert, das Tour der Kuh. Die Meradion stöhnt. Ach so. Ach so. Du musst doch aufkehren, die dir Söhne. Ach so. Warte, dann hebelst du den Buch, denn dann stöhnt. Ja, wenn es dann so trauen, wie lange dauert, dann stöhnt. Ne. Ja. 10 Kilometer stöhnt. Ich seh auch, ich seh auch, ich seh auch immer seh, wenn es dann bestarfen, ich seh, sie die Krauer beschießt. Wenn die ächter der Schör, seinen Esel durch die Mauste, dann wolle ich ein Teufel brunnen. Ja. Ich seh, mit der Hengste. Das könnte man auch alle begrippen. Das ist doch scheiße. Du bist doch. Der Geiste stöhnt dir, der geht mit Autohaar nicht durch die Kraut. Und der stöhnt dir, du bist dann. Und dann schuhe nur sie Lungenwillig, durch die Kuh. Ja, so Lungenwillig, oder? Völksehde also. Ja. Wie sagt er eher? Das war schon ein kurzer, kurzer Lachen, aber das war ja sicher, aber ich weiß nicht, was er gebraucht hätte. das hätte ich mich immer erwundert, dass das so war. Natürlich ist es noch Antorin. Ja, eine Pony für die Jungen. Der leide Pony. Ja. Wo ich auch alle. Ja. Bei einer Gungbrille. Wenn ich krank war, dann guckt alles gut. Ja. Dann seh ich die Gabacken voll Fohlenton. Ja, das ist doch gut. Ach, und lief Völkens, werde ich noch sehen, weil, wann ich die hiere Podcast gut finde, dann können wir uns voll abonniere, und auch Kommentare schreibe auf YouTube, und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, weil wir uns schreibe können. Jawohl. Ganz nahe. Ganz nahe. Ihr Adress ist haakinsen.gmx.de. Wir werden uns freuen, wann wir warten. auf, auf. Untertitelung des ZDF, 2020